Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es einen Klassiker, das Alphabet. Los geht's! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Und jetzt eine deutsche Spezialität, die Umlaute. Ä, Ö, Ü und SZ oder das scharfe S. Und jetzt nochmal ein bisschen schneller. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ä, Ö, Ü, S, Z oder scharfes S. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like auf unserer Seite, teilt unser Video, schreibt uns nette Kommentare dazu. Vielleicht gibt es tolle Wörter, die ihr gerne mal ausgesprochen hören möchtet. Schreibt es uns gerne dazu. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann, alles Gute und Tschüss! Bis dann, alles Gute und Tschüss!